Gottfried V., genannt der Schöne oder Plantagenet, war von 1129 bis zu seinem Tod ein Graf von Anjou, Tours und Main aus dem Haus Chateau Landon. Er war der älteste Sohn des Grafen Fulco V., des Jüngeren und dessen erster Ehefrau ihren Burge de la Fläche, Erbin der Grafschaft Main. Leben. Nachdem sein Vater sich 1129 dazu entschlossen hatte, für immer in das Heilige Land zu ziehen, übernahm Gottfried dessen umfangreiches Erbe. In den ersten Jahren seiner Herrschaft musste er sich gegen unbordmäßige Vasallen behaupten und belagerte dabei Mirebo und Lillebouchard. 1132 traf sich Gottfried in Tours mit Papst Innozenz II., womit er diesen auch als rechtmäßiges Oberhaupt der Kirche anerkannte. Zuvor hatte er den Gegenpapst Anaklet II. unterstützt. Bereits im Jahr 1129 vollzog Gottfried als knapp 16-Jähriger die folgenschwere Ehe mit der Kaiserin Mathilda, der Witwe des Kaisers Heinrich V., und Erbtochter von König Heinrich I., beauklerk von England, von dem Gottfried zu diesem Anlass auch zum Ritter geschlagen wurde. Diese Ehe fand unter den anglo-normannischen Baronen keine ungeteilte Zustimmung. Waren die Angeweiner doch generationenlange Rivalen der Normanen in Westfrankreich. Deshalb unterstützten die Baronen nach dem Tod des alten Königs 1135 den Cousin Mathildas, Stefan von Blois, der sich der Throne Englands und der Normandie bemächtigen konnte. Gottfried und seine Frau nahmen den Kampf gegen Stefan auf, der in den englischen Bürgerkrieg mündete. Mathilde und ihr Halbbruder Robert of Gloucester führten den Kampf ab September 1139 in England. Nachdem diese in der Schlacht von Lincoln Stefan gefangen nehmen konnten, wurde Mathilda zur Herrin Englands proklamiert. Der Krieg sollte dennoch weitergehen, nachdem sie im November 1141 genötigt war, Stefan im Austausch für ihren Bruder wieder freizulassen. 1142 wurde Gottfried von seiner Frau nach England gerufen, die dort in Oxford von Stefan belagert wurde, doch er weigerte sich, da er seine militärischen Anstrengungen auf die Normandie konzentrieren wollte. Am 19. Januar 1144 eroberte Gottfried Ruen und konnte als Herzog der Normandie intronisiert werden. In den darauffolgenden Jahren stabilisierte Gottfried seine Herrschaft in der Normandie. 1145 warf er eine Revolte seines Bruders Elias nieder und ließ ihn in den Kerker sperren. In England aber konnte sich Mathilde nicht mehr halten, gab ihre Ansprüche gegen Stefan auf und verließ im März 1148 die Insel. Die Machtübernahme Gottfrieds in der Normandie führte ihn in einen direkten Gegensatz zu König Ludwig VII. von Frankreich, der seinem Machtzuwachs mit Misstrauen begegnete. Gottfried belagerte 1150 die Burg Montrebelay, die vom königlichen Seeneschall des Poitou verteidigt wurde. Darauf verbündete sich König Ludwig mit Eustachy V. von Boulogne, dem Sohn König Stefans und vormaligen Herzog der Normandie, die im Frühjahr 1151 in die Normandie vordrangen und Aques und Seeds belagerten. Eine Erkrankung des französischen Königs im August 1151 zwang diesen zur Beendigung des Kampfes und zum Rückzug aus der Normandie. Zur Beilegung des Konflikts reiste Gottfried mit seinem ältesten Sohn Heinrich im September 1151 nach Paris und überzeugte dort König Ludwig VII. Vom Anrecht des Hauses Anjou auf die Normandie, worauf der junge Heinrich dem französischen König den Lehnseit für die Normandie leistete. In Paris trafen sie auch auf die Königin Eleonore von Aquitanien, die sich im folgenden Jahr von ihrem Gemaltrennen und Heinrich heiraten sollte. Auf der Rückreise in sein Stammland wurde Gottfried plötzlich krank und starb überraschend 25 Kilometer südöstlich von Lehmanns. Er wurde in der Kathedrale St. Julian beigesetzt. Plantagen E. Der angewinische Chronist Jean de Marmoutier beschrieb Gottfried als großen Krieger, gut haussehnt, rothaarig und lebensfroh. Was seinen weniger bekannten Beinamen der Schöne erklärt. Der anglo-normannische Chronist Radulfo de Deistu hingegen wies ihm einen kalten und eigennützigen Charakter zu. Der Nachwelt ist Gottfried vor allem unter seinem zweiten zeitgenössischen Beinamen Plantagen E. bekannt, der sowohl von seinem Biografen Jean de Marmoutier als auch von dem Dichter Ways im Roman Der Ruh verwendet wurde. Dieser geht auf seine Angewohnheit zurück, einen Ginsterzweig als Helmzier zu tragen und sollte sich ab dem 15. Jahrhundert rückwirkend auf alle seine Nachkommen als Dynastiename durchsetzen. Verbunden mit diesem Namen ist besonders die Ära des sogenannten Angewienischen Reichs, welches unter Gottfrieds Sohn und Enkelsöhnen eine bedeutende historische Rolle in Westeuropa einnahm, und die damit einhergehende Zäsur des Verhältnisses der Angewainer zum Königtum der Karpetinger. Waren Gottfried und seine Vorfahren noch weitestgehend loyale Vaisalen der französischen Könige sollten seine Nachkommen zu deren ärgsten Rivalen avancieren. Hauptquelle zum Leben des Grafen Gottfried Plantan Gennet ist die ihm gewidmete Biografie Historia Gaufredidiusis Normanorum des Jean de Marmoutier, die zwischen den Jahren 1170 und 1180 verfasst wurde. Weiterhin ist die vom gleichen Autor überarbeitete Fassung der Gestahlkonsul um an Degaforum zu nennen. Beide Werke wurden von Louis Halfen und René Pupardin veröffentlicht. Ehe und Nachkommen Gottfried wurde am 17. Juni 1128 in Lehmanns verheiratet mit der zehn Jahre älteren Mathilda, Erbtochter des Königs Heinrich I., und dessen erster Ehefrau Edith von Schottland. Mathilda als Witwe des Kaisers Heinrich V., war nicht eben begeistert, einen einfachen Grafen zu ehrlichen, der zudem noch ein halbes Kind war. Die Ehe war eher turbulent als harmonisch zu nennen, mal wurde Mathilda von ihrem Gatten im Zorn verstoßen, mal wieder in allen Ehren aufgenommen. Doch trotz aller Reibereien bekam das Paar drei Söhne, Heinrich Kurzmantel, Graf von Grand Anjou, Herzog der Normandie, ab 1154 als Heinrich II., König von England, Gottfried V. I., Graf von Anjou und Nantes, Wilhelm Langschwert. Er hatte außerdem noch die unehelichen Kinder. Emma D'Anjou, Lemniskarte, Darfida Povein, Marie D'Anjou, Ebtissin in Shaftesbury, Hamelin, Earl of Suri, Lemniskarte, Isabel D. Waren, E. Erbtochter von William D. Waren, E. III., Earl of Suri und Ea von Pontioi.